Action und Funk sind zwei Schlüsselwörter in C-Sharp, die sich am besten verstehen lassen, wenn klar ist, was zugrunde liegende Muster, Delegates und eventuell Events sind. Delegates in C-Sharp sind ein Typ, der das Delegationsmuster für objektorientierte Sprachen abbildet. Die Gang of Four-Äquivalenz-Entwurfsmuster zum Delegate sind das Proxy- und Adaptermuster. Auch das Observer-Muster kann mit Delegates implementiert werden. Die Schlüsselwörter Action und Funk sind letztendlich generische vordefinierte Kurzschreibweisen für Delegates. Und Events am Ende sind nochmal eine Spezialisierung von Delegates. Action und Funk haben aber einen direkten Bezug zu Delegates und können eben auch als Event verwendet werden. Die Delegation als Begriff hat je nach Kontext verschiedene spezielle Bedeutungen. In C-Sharp ist das Delegate eine objektorientierte Form von Methodenreferenzen. Das Adapterproxy und Observer-Pattern gehören zu den 23 Gang of Four-Entwurfsmustern. Diese Muster sind generell für objektorientierte Pramiersprachen und auch nicht speziell für .NET. Das folgende Code-Beispiel bildet das Observer-Muster ab, deswegen werden wir es kurz besprechen. Dabei werden Beobachter über Änderungen des Zustands in einem beobachteten Objekt, dem Subjekt, informiert. Das Delegation-Pattern und das Beobachtermuster haben beide die Inversion of Control als Ziel. Im Beobachter wird beim Benachrichtigen Code ausgeführt, wenn im Subjekt etwas passiert, eben eine Umdrehung der Kontrolle. Bevor es dann zum Delegate geht, schauen wir kurz nochmal auf die Typen in C-Sharp. In C-Sharp können wir alle Typen entweder als Referenz- oder Wertetyp kategorisieren. Dabei werden Wertetypen auf dem Stack und Referenztypen auf dem Heap gespeichert. Werte und Referenztypen können nochmals in vor- und selbstdefinierte Typen unterteilt werden und die Delegates gehören zu den selbstdefinierten Referenztypen und werden mit dem Delegate-Schlüsselwort deklariert. Dazu wird eine Methodendefinition und eine Zugriffsebene benötigt. Nach der Deklaration des Delegates wird die Subjektklasse erstellt. In Zeile 4 wird eine Variable vom Typen des Delegates erstellt und darunter eine Methode Notify, die die Delegate-Variable ausführt. Der Beobachter hat eine Methode konform des Delegates und nun muss das Ganze nur noch gekoppelt werden. Dazu werden beide Klassen instanziert und anschließend die Beobachter-Methode beim Subjekt in der Delegate-Variablen gespeichert. Das Ganze ausgeführt und eine Konsolenausgabe erzeugt. Delegates referenzieren Code konkreter Methoden an andere Methoden. Yes, ein bisschen verwirrend. Es gibt hier im Code auch noch ein Problem. Das Delegate ist Public, damit der Beobachter sich subscriben kann. In der Folge ist von außerhalb der Subjektklasse es möglich, das Delegate auszuführen oder die Variable auf Null zurückzusetzen. Genau dies wird durch das Event verhindert, das einfach bei der Deklaration der Variablen ergänzt wird. Das Delegate selbst oben ist immer noch dasselbe, nur wenn wir dann eine Variable vom Typen des Delegates erstellen, fügen wir das Wort Event hinzu und das verhindert die gerade besprochenen Probleme. Das Action-Schlüsselwort letztendlich ist dann nur noch eine Kurzschreibweise fürs Delegate. Statt erst aufwendig das Delegate in einer eigenen Zeile zu beschreiben, kann das Action-Schlüsselwort für alle Delegates ohne Rückgabewert und mit bis zu 16 Parametern verwendet werden, wobei die Parameter einfach generisch definiert werden. Sollten wir einen Rückgabewert benötigen, verwenden wir das FUNC-Schlüsselwort und dabei ist immer der letzte Parameter der generischen Parameter, ist der Typ des Rückgabewertes und alle Parameter davor sind die Parameter an die Methode oder für die Methode. Hier wurden nur deklarierte Methoden referenziert, natürlich erlauben und werden Delegates genau wie Action und FUNC häufig auch mit anonymen Methoden oder Lambda-Ausdrücken kombiniert, was auch nur eine weitere Kurzschreibweise ist und das ist erstmal das Wichtigste zu Action und FUNC. Kurzschreibweisen für Delegates, nichts weiter.